Und Legacy, wir versuchen immer noch Nati zu finden. Guck ich hier weiter, irgendwie? Soll ich das richtig? Scheinbar nicht. Wir haben hier eine Truhe gefunden, ja, das ist aber gerade so ein bisschen das Einzige. Dann geht's bestimmt hier weiter. So, Nati ist jetzt hier irgendwo. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Super. Fuck. Reveillon. Reveillon. Lumos. Mr. Reves Stab könnte da drin sein. Das wäre doch genial, wenn er da drin wäre. Der Zauberstab von Mr. Reve kann nicht weit sein, wenn er ihn spürt. Mr. Reves Zauberstab. Der wird erleichtert sein. Prima, den Zauberstab zu dem jetzt hier. Mr. Reve, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Lubos. Ist das wohl weiter den anderen Typen? Oder nee, natürlich ist das, ne? Danke, Mr. Esko. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Versteck'n. Vielen Dank. Ich bin Kampfbereit. Diese Erschwenderen müssen bezahlen. So für den Weg aus der Versteck' der Erschwenderin. Ich meinst euch hören was. ja gut ich habe die ja schon alleine ich habe ja schon einiges weg selber weggeplättet da kommen wir nicht weiter dann machen wir hier hoch frage warten und noch mal gegner auf uns jetzt oder war das nur die paar die jetzt oder war das jetzt die paar nur die ich weggeplättet finden wir auf ist das finger und erledigen hallo ein für alle mal so ich hätte es wissen müssen und sie der toll schrecken ein glück dass sie beide sicher sind konnten schüler gerettet wissen müssen dass sie das waren gut er ist jetzt zu hause bei seiner frau ihre mutter wird gar nicht gefallen dass sie diese männer noch immer verfolgen und sich dabei in gefahr officer singer und ich haben erfahren dass erschwinderinnen mehrere einwohner von hogs schmied bedroht haben und halo haben nicht nur mr rape entführt um seine frau zu erpressen sondern auch nati ergebes filtern und otto dibble haben sie ausgenommen ich werde das alles untersuchen was sie beide anbelangt ich bin ihnen dankbar für ihre hilfe aber das ist alles äußerst riskant bitte überlassen sie die erschwinderinnen in zukunft den behörden verstand ja officer haben sie genug beweise um etwas gegen halo und brockwoods bande zu unternehmen nun der anfang wäre gemacht wir werden sehen aber das liegt jetzt in meiner hand sie möchten sicher mit ihrer mutter sprechen bevor ich es tue meiner mutter wird das nicht gefallen danke dass du mich gerettet hast wir reden später so erpresserische absichten abgeschlossen so hier können wir jetzt hier schon mal rein brauchen wir uns aber nicht ich habe es schon ausgesprochen ich habe es mir immer zu kurz ich habe zwei davon in meiner liste meiner weiterliste also beziehungsweise meiner flucht ist so war also wir haben jetzt noch das überraschungstreffen das machen wir nicht jetzt identische schlüssel mal so nebenbei da finden wir von der da brauchen wir 4.000 für und der man hinter dem mond ja das sind drei missionen jetzt optional sind reihe wie gesagt die 4.000 müssen wir zusammenkriegen und das ist so das einzige die weitere mission breite ist die so nach dem nächsten hüter vor ist dann das hier also wir haben ja nachts da war jetzt muss ich überlegen wo der wohl wo die stelle war jetzt muss ich überlegen wo die stelle war was hier nee war kein laden zwar ein haus also welches haus war das jetzt das war ja jetzt das war ja jetzt irgendwo rechts ein haus ne oder war das hier hier drin hier hinter war das ich habe jetzt was ich habe die stelle jetzt war das zu bist das wäre hier noch mal für zwei schloss aber ich glaube das haus war das ja das haus war das jetzt können wir nämlich doch den dämmiger ist ein sammeln der jedoch oben steht ich den hier so wir gehen uns kurz gegenüber noch schnell rein dann mache ich feierbeute ich dass da noch einer ist wir haben jetzt die nacht uns fehlen sich mehr so viele die nacht uns doch dann hätte man mit dem mond weg geschlossen abgeschlossen diese truhe hier ist keiner drin aber noch vor so viele kosmetische klamotten gut also stelle der haus werden links schauen wir nicht gut aber ich melde mich für heute ab wir sehen uns morgen wieder aber das war es in der nächsten folge wieder bei let's play hoppots legacy start tschüss 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 tschüss